Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin wieder hier, euer Turbo. Wieder aus dem LKW, aber das soll heute definitiv nicht so bleiben. Oder vielleicht doch, muss ich mal sehen. Heute kommen wir zu dem Antwortvideo des FAQs. Ich habe hier die Fragen auf dem Handy und wir werden die mal beantworten. Als erstes unter dem alten FAQ Video habe ich auch aufgerufen, neue Fragen reinzuposten. Könnt ihr hier jetzt auch machen. Und da hatte der Cinema Studio, der liebe Josef, hat gefragt, was ist dein Traumequipment, was ist dein größter Traum, was ist dein größtes Hobby. Will ich mal gleich anfangen. Also größtes Hobby ist eigentlich YouTube. Ich habe noch diverse andere, aber mein größtes ist eigentlich YouTube. Und dann mein größter Traum. Mein größter Traum wäre eigentlich ein ruhiges und ordentliches Leben. Aber ich denke mal, er meint bestimmt auch ein Hinblick auf YouTube. Wäre cool, eine aktive Community. Wir haben schon eine relativ gute, große Community. Oder was heißt gute, große? Für mich schon relativ gut. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch aktive Community. Aber ein bisschen mehr könnte natürlich nie verkehrt sein. Und natürlich mein Traumequipment. Mein Traumequipment wäre, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, Sony Alpha 7 III, 7S III. Sony hat also Vollformat-Kamera mit schönem Objektiv und Studio. Das wäre wirklich, wirklich geil. So, dann hatte der Stoffi7 gefragt, was hast du in den nächsten 10 Jahren vor? Ja, die nächsten 10 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Grundsätzlich, da ist so ein bisschen Standard. Wohnung, Auto, noch ein Kind würde ich noch mal ganz gerne noch eins haben. Und vor allen Dingen ein schönes und ruhiges Leben, würde ich mal sagen. Mir ist so jetzt Geld oder sowas nicht so extrem wichtig. Geld ist schön zu haben, ja. Aber ist auch nicht alles im Leben. Von daher würde ich eher sagen, so ein bisschen familiärer. Das wäre halt cool. Gesittelt eine Wohnung mit Balkon und vielleicht noch einen kleinen Garten. Und natürlich beruflich vielleicht auch nicht immer nur im LKW, sondern auch mal öfter zu Hause. Und nicht nur hier in der Karre, sondern auch mal irgendwo anders. So, mittlerweile ist es schon fast 20 Uhr und ich würde sagen, wir machen mal schnell weiter mit den Fragen, weil ich muss das Video ja heute noch fertig kriegen. Der Julian Review fragt, welche ist meine Lieblings-LKW-Marke und was würde ich fahren, wenn ich es mir aussuchen könnte? Ist eigentlich relativ einfach. DAF mag ich sehr gerne, aber noch lieber mag ich Scania. Aber nicht die neuen, die alten Scanias. Die waren geil und so einen würde ich mir auch nehmen. Wie ich das könnte. Ich hatte mal einen. Ich habe auch in irgendeinem Video, habe ich das schon mal gezeigt. Ja, aber so einen würde ich noch mal nehmen. Einen alten ES Scania. Dann schreibt der Josef von Cinema Studios, ob ich mit der Adobe Cloud zufrieden bin und ob ich es auch verlängere. Mit Premiere Pro CC bin ich voll und ganz zufrieden. Mit Lightroom bin ich auch sehr zufrieden. Mit Photoshop komme ich noch nicht klar. Und mit After Effects habe ich noch gar nicht erst angefangen. Also bis jetzt muss ich aber sagen, ja, wenn ich mit den anderen beiden Programmen auch noch klarkomme, dann werde ich das auch definitiv verlängern. Auch für den vollen Preis von 56 Euro. Dann fragt natürlich der ein Percy mal wieder mächtig viele Fragen. Was hältst du von Konsolen der aktuellen Generation und würde ich mir auch eine zulegen. Finde ich nicht geil. Konsolen ist nicht so meins. Ich sammle zwar die alten Konsolen, weil die halt relativ geil waren und weil die auch irgendwann in den Preis so geil fallen. Aktuelle Generation finde ich nicht wirklich schön. Außer die Switch. Die würde ich mir vielleicht noch eventuell holen. Muss ich mal überlegen. Die zweite Frage von ihm, die ist wirklich relativ wichtig. Da habe ich mir auch echt nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich eine Ahnung habe, wie das mit meinem Kanal weitergeht. Sagen wir mal so, so wie es aktuell läuft, wird es nicht weitergehen. Ich fange unglaublich viele Projekte an und nichts so wirklich, wie soll ich sagen, führt zum Erfolg. Kann man ja nicht sagen, führt schon zum Erfolg. Aber ich probiere momentan unglaublich viel aus. Einige Sachen kommen gut an, andere Sachen eher weniger. Ich tippe mal, dass ich den Kanal demnächst fest strukturieren werde. Auf was das genau hinausläuft, da bleibt auf jeden Fall noch dran und gespannt. Dann die nächste Frage, ob ich auf Tobias B. was Neues bringen kann. Hier oben in der Ecke, seht ihr, da geht es zu meinem Zweitkanal Tobias B. Da mache ich Fotografie, Tipps und Tricks. Das sind so aktuell die Formate, die da kommen und sind auch erst vier Videos und eigentlich viel zu wenige. Hat er auch recht. Ja, ich kann dann mal wieder weitermachen, wird langsam auch mal wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen aktiver da zu sein. Ich weiß, ist aber momentan ganz einfach nicht ganz so. Die vierte Frage können wir mal auslassen. Da hat er einfach nur geschrieben, ihm fallen bald keine Fragen mehr ein. Ist ja auch richtig. Er schreibt eigentlich in jedem FAQ-Video echt viele Fragen, muss ich echt sagen. Und die fünfte Frage, ob ich mal eine Challenge machen kann, wo ich nur mit dem Smartphone bzw. mit dem Tablet arbeite. Ich habe ihn nachgefragt, wie er das genau meint. Und er meinte, eine Woche mal nur mit dem Smartphone bzw. Tablet Videos schneiden. Mit dem Tablet habe ich schon öfters mal Video geschnitten. Sind auch schon ein, zwei Videos, glaube ich, auf meinem Kanal entstanden. Aber ganz ehrlich gesagt, nö. Könnte ich machen, aber da ich ja aktuell nur Daily Vlogs mache und ich rein theoretisch diese Geschichte hier auch auf dem Tablet schneiden könnte, ja, könnte ich machen. Aber es ist momentan zu aufwendig, unter der Woche damit zu schneiden. Am Wochenende schneide ich damit, habe ich auch schon einige Projekte mal geschnitten. Zum Beispiel von meinem Bruder in den Kanal, könnte ich hier oben sehen, irgendwo hier oder ich glaube auf der anderen Seite, eins von beiden, da habe ich mal verlinkt. Und die Videos werden zum Beispiel nur auf dem Tablet geschnitten bzw. die Videos nicht, sondern nur die Fotokollagen, die werden auf dem Tablet gemacht. Und als letztes habe ich noch eine Frage von Blue Heaven. Der hat zwar nicht direkt unter dem Video geantwortet, aber er hat in einem der letzten Videos und ich habe ihn gefragt, ob ich das mit reinnehmen kann. Und da hat er gesagt, ja, deswegen nehme ich das mal mit rein. Er hat gefragt, wie zufrieden ich mit diesem Telefon bin im Gegensatz zum iPhone 7 Plus, was ich ja davor hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in gewissen Maßen ist das hier wirklich, wirklich, wirklich geiler. Aber in anderen Sachen fehlt mir das iPhone so einen kleinen Ticken. Wo mir das iPhone fehlt, ist ganz einfach, mit den Fotos, die Fotos besser, leichter zu verarbeiten. Du bist da einmal reingegangen in die App, hast gesagt, okay, ich möchte das als Album zusammenfügen und fertig. Dann hat er dann ein geiles Album gemacht. Kann man hier vielleicht auch, aber nicht so umfangreich wie bei Apple. Und ich hatte bei Apple immer ein richtig geiles Schnittprogramm mit dabei. Habe ich hier nicht, da muss ich mir extra eins runterladen. Sonst, Kamera ist das definitiv besser. Bedienung ist Apple ähnlich. Ich bediene es eigentlich fast immer nur mit dem Fingerabdrucksensor. Die kann ich halt alles öffnen, schließen und habe auch keine Onscreen-Tasten. Ich mache das alles mit dem kleinen Fingerabdrucksensor. Mehr dazu aber in dem Review, was ich hoffentlich irgendwann mal hinkriege. Aber in der nächsten Zeit ist echt viel los und gerade auch nächstes Wochenende ist Trecker-Treffen. Also nicht dieses Wochenende, sondern ab dem 25.05. Und da bin ich auch zu finden. Also wenn ihr mich mal live sehen wollt, ab dem 25.05. Ich glaube 14 Uhr geht das los, ob ich 14 Uhr jetzt direkt da bin, weiß ich nicht. Das Wochenende in Marchien, großes Trecker-Treffen, ich bin da. Und mit den letzten Worten würde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich muss das Video jetzt noch unbedingt fertig schneiden. Und ich würde sagen, haut rein, bis die Tage und ciao.